Das war mega gemein! Wie soll ich denn darauf reagieren können? Äh, ja doch, hier lang. Alter, wie gemein das war! Okay, die Menschen sind also nicht lieb. Zumindest der nicht. Aber der hat doch wahrscheinlich um seine Frau getrauert, ne? Vielleicht ist der einfach nur sehr wütend. Weil, äh... Der, die hier alles abholzen, er will, eigentlich will er wahrscheinlich hier nur überleben. Okay, wie lange braucht der zum Umdrehen? Also, rennen ist keine gute Idee. Und keine Option. Alter, das war knapp. Das war mega knapp. Kommen die nicht runter? Warte mal, wo laufe ich denn jetzt lang? Ach, da ist jetzt auch... Ach, du Heiliger. Krieg ich die nicht runter, die Kinder da? Oder muss ich die aufnehmen und runter? Ach, das geht nicht, okay. Geht's denn in die... Ah, oder ich muss... Okay, ich muss bestimmt in die andere Richtung. Shit. Ganz langsam. Und vorsichtig. Oh, der guckt hin, ne? Warte. Warte. Dreh dich um. Dreh dich um, Mann! Oh, der guckt wieder hierhin. Der Schlingel. Der weiß genau, dass wir hier sind. Okay, er sieht uns nicht. Din, 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 din. Guck mal eben. Okay, da müssen wir runter. Jetzt guckt er natürlich hierhin. Na, klar. Bitte seh uns nicht. 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 Puh. Oh, nein. Diese blöde Maus. Wir haben Hunger, ne? Oh. Nein, jetzt ist sie auch noch nach oben gelaufen. Scheiße. Oh, wir haben Hunger. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Schnell, esst was, Kinder. Schnell. Esst was. Wo geht's denn jetzt hierhin? Jetzt muss ich erstmal gucken. Okay, da geht's da lang. Wo auch immer das sein mag hier. Oh, fuck. Oh! Alter! Okay. Der kann uns aber da durch den Tunnel schon nicht mehr... ...nicht verfolgen. Ich weiß, wir müssen nach Hause. Wir haben auch Hunger, ne? Shit, Alter. Aber ich wollte doch zum Ereignis, Mann. Das war hier lang. Das Ereignis war hier, ne? Aber wo? Geradeaus. Das müsste jetzt hier kommen. Ah, hier kann der weg... Ah, okay. Alles klar. Warte. Haben die gegessen? Ich hoffe, die haben gegessen. Okay, sie essen gerade. Achso, das Ereignis ist nur Dings. Okay, ich verstehe. Äh, komme ich von hier aus wieder zurück? Nein, komme ich nicht. Okay. Ich werde den Dings mal hier... Sei doof! Huhu! Ciao! Oh, oh. Oh, oh. Das ist nicht gut. Wo muss ich lang? Kinder, es kommt mit! Nein! Nein! Ernsthaft? Nein, nein! Nein, nein! Komm raus! Oh, ich kann nicht rennen. Oh, fuck! Oh, shit! Oh, shit! Ich kann nicht rennen. Shit! Alter, rennt der echt mit der Axt hier rum? Was ist denn mit dem? Hat er seine Zuckungen? Der weiß nicht, dass wir hier sind. Hä, das kann nicht sein! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg, Mann! Geh weg! Nein! Lass mich! Geh weg! Kinder, komm mit! Schnell! Nein! Lass mich in Ruhe! Oh, das wird nix! Oh, das wird nix! Haha! Ist das? Ach, nee! Okay! Ich dachte erst, das wäre die kleine von dem, äh... Aber wir haben auf jeden Fall Besuch immer. An hohen Abgründen kannst du nur runterspringen. Okay. So, das heißt also, der Wächter da, der Plünderer, der müsste ja normalerweise jetzt da unten hingehen, ne? Wo wir es markiert haben. Ähm... Da hinten ist noch was. Wie kommen wir denn da hin? Oder beziehungsweise, da wollten wir ja hin eigentlich. Wir wollten da ja eigentlich hin, ne? Aber da mussten wir ja an diesen Plünderer vor... Ist der denn jetzt immer noch da? Oder ist der woanders? Der ist immer noch da. Das gibt's doch nicht. Da müssen wir da runter und dann da lang, aber... Okay. Merkwürdig. Ich probier's nochmal. Okay, wenn wir nicht rennen, nur normal laufen, sind wir schneller und... Und der hört uns nicht. Oh, sie haben was zu essen gefunden. Das ist schön. Sie ernähren sich also selber. So, jetzt lass mal eben schön gucken. Wir müssen in die andere Richtung. Beziehungsweise, wir können auch hier lang gehen und dann runter. Süß. Und dann gehen wir jetzt hier runter. Hier. Plups. Wie niedlich einfach. So, und dann genau hier lang wollte ich mal gucken. Was ist hier? Du kannst mir gar nichts, du blüder Plünderer. Nö. Hier ist Wasser. Ach, hier kam der Typ, ne? War das nicht so? Kam ja nicht dieser Typ. Oh, hier ist Essen in der Nähe. Ein infizierter Hase. Okay. Den holen wir uns mal. Der Lauf der Dinge. Elegant, wie der Fuchs dort langläuft. Mit seinen kleinen Welpen versucht er, ums Überleben zu kämpfen. Hm. Okay. Ich weiß nicht, was das bedeutet hier. Ist das vielleicht ein Hinweis, wo der Kleine ist? Das. Ach, ernsthaft? Ja, gehen wir mal da lang. Ich halte das für eine schlechte Idee, aber wir probieren es mal. Ich könnte da sogar rauf. Okay, wir gehen da bestimmt nicht lang. Wo komme ich denn hier hin? Oh, die können wir folgen. Ist ja nice. Hier gibt es zu essen, glaube ich. Cool. Nach oben geht es auch. Wo geht es denn da hin? Aber da kommen die nicht rauf. Ja, ja. Alles gut. Okay. Müssen wir aber warten. Vielleicht kommen wir da irgendwie später nochmal hin. Okay. Die runterplumpsen einfach. Wie niedlich. Okay, wo sind wir jetzt hier? Also jetzt laufen wir da zurück zum Schloss. Okay, das heißt, wir gehen erstmal in die Richtung nochmal. Und gehen dann einfach ganz normal den Weef wieder zurück. Ne, warte mal. Nein, nein. Stopp. Nein. Hier lang, bitte. Plupp. Plumps, plumps. Das ist so gut. Das ist halt so süß. Ich meine süß. Das ist ganz schön süß. So, so. Ja, ich weiß, wir müssen nach Hause. Der Hunger kickt rein. Aber ich nehme die Maus. Dann füttern wir nochmal. Ich will jetzt einmal gucken gehen. Hähnchen süß, sauer. Habe ich die Trophäe? Was passiert? Was passiert? Ähm. Ähm. Das lässt mich eher verstört zurück. Das. Alter. Was ist das denn für ein Spiel? Aber so ist das. Die Menschheit. Ja. Guckt es euch an. So ist das. Ja. Ich bin da keine Ausnahme. Alter. Alter. Da ist auch diese Kooperation, ne? Okay, wir sollten auf jeden Fall nach Hause. Oh. Oh, schau. Fuck. Diamant. Wir sollten auf jeden Fall nach Hause. Ganz schnell. Ich weiß nicht, wie wir hier nach Hause kommen. Äh. Wie kommen wir denn hier nach... Ich will nach Hause. Wie komme ich denn hier nach Hause, Mann? Muss ich zurück durch die Halle? Ich gehe zurück durch die Halle. Der Pfeil zeige ich mir da lang. Oh nein. Der eine ist, glaube ich, müde, ne? Kann das sein? Alter. Hä? Wieso zeige ich das Ding jetzt nach da? Ich gehe einfach hier wieder zurück. Alter. Alter, das Spiel. Was ist denn hier los? Oh, der eine ist mega müde. Komm, ich nehme den mal auf. Komm mit. Ich helfe denen mal. Komm, wir gehen ganz schnell nach Hause. Äh. Alter, wollt ihr mich verarschen? Kommt der hier lang? Wie soll ich denn zurückkommen? Kommt der wieder? Was macht der da? Was macht der da? Scheiße. Ich komme nicht weg, ne? Es gibt nur diesen Weg. Oder? Warte. Hier unten in der Kurve ist was. Das müsste ja hier sein, wo der ist, ne? Ah, shit. 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 Nein, der ist voll müde. Der macht seinen Feiertag, wenn er sich findet. Scheiße, der ist da, ne? Das Problem ist, ich hoffe... Mann, der steht da. Kann der weggehen? Was macht der da? Geh weg, Mann! Geh weg! Es gibt keinen anderen Weg, ne? Shit. Oder ich muss oben versuchen rumzugehen. Ich muss versuchen, oben rum. Oh, scheiße. Kinder, es kommt mit! Ey, geht's gar nicht lang. Äh... Das ist ja doof. Vielleicht hier rüber einfach. Oh, scheiße. Wo ist der? Steht der da? Kinder, es kommt drauf. Kiddies! Komm mit! Schwups! Jetzt plumpsen sie wieder runter. Blup! Blup, blup! So gut. Wo ging's denn hier nochmal lang? Ach, zum Schloss. Da kommen wir doch nicht weiter, ne? Oh, da ist schon wieder einer. Wie soll ich denn nach Hause kommen? Hier geht's eh nicht weiter. Und da unten liegt ne Falle. Wie gemein. Oder kann ich hier einfach lang gehen? Da zahre ich denn mir lang. Okay. Dann gehen wir doch hier lang. Aber wir müssen so langsam echt nach Hause. Ah, hier geht's zurück. Okay. Nice. Also, ich hoffe. Oh nein. Oh nein, wir müssen an ihm vorbei, ne? Oh, shit. Bewegt er sich schneller? Ja, komm schon. Ja, komm schon. Ja, genau. Oh man, die sind alle so müde. Komm her. Ich nehm dich auf. Mama hat dich lieb. Irgendwas passiert doch noch, oder? Bevor wir zu Hause ankommen. Es kann doch nicht mehr so weit sein, Mann. Ja, hier. Oh, den Rest kannst du allein laufen. Oh, puh. Aber Hunger haben wir, ne? Aber liegt da immer jemand was vor der Tür? Und den Hund haben wir jetzt auch noch, ne? Über die DAX-Tunnel kannst du schnell reisen. Ach was. Okay. Nacht 18. Gut. Und wieder ein neuer Hinweis. Vielleicht finden wir auch was zu essen. Weil wir haben echt Hunger. Oder zumindest die kleinen. So, dann graben wir mal. Komm schon. Die hacken immer noch Holz. Aber das da hinten ist doch keine Küken. Also das da hinten war natürlich Kükenfabrik, ne? Oh nein, wir brauchen Essen. Unbedingt. Wir brauchen unbedingt Essen. Sonst sterben die kleinen. Oh, Alter. Wir brauchen gleich keinen Dings mehr, ne? Wir brauchen unbedingt Essen. Essen. Ah, das ist das Dings. Schnell Reise. Alter, wir brauchen Essen. Shit. Essen. Hier, hier, hier. Hier, 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 hier. Nein, hier, hier, hier. Kommt durch. Na, lass ihn doch runter, Mann. Warum lässt er ihn nicht runter? Ah, lass ihn doch, ah, lass ihn doch runter. Geht da durch, Essen. Wieso kann ich ihn nicht da durchschubsen? Ah, jetzt hier. Hallo, Mann, mach doch. Mann, den Kleen, der stirbt. Da ist der Kuflo abnippeln. Nein. Schneller. Alter. Puh, das war echt knapp. Ein Spielzeug. Oh, Mann. Oh, Mann. Das war echt knapp mit dem Essen jetzt. So. Ist das denn Flugblätter? Geld. Ach, für Fell. Der will das Fell verkaufen. Ernsthaft. Habe ich das richtig gesehen? Will er sein Fell verkaufen? Was machen wir hier? Wo sind wir denn jetzt da? Okay, wir sind da. Da oben müssen wir auch noch hin, ne? Und wir brauchen was zu essen. Oh, wirklich? Nein, hör auf. Lass das. Nein. Oh, Alter. Hamm. Lauf. Oh, shit. Ich habe gedacht, ich kann mich da im Gebüsch verstecken. Aber ist es ja nur so ein kleines Gebüsch. Wo man, Essen fängt. Oh, ich muss schon wieder nach Hause. Aber der ist doch da. Wie soll ich denn nach Hause, wenn der da ist? Okay, wir können schon ein bisschen schneller rennen. Ich trau dem Braten nicht, ne? Diese Musik. Was wir durch Leiden hier, ne? Und durch Leben. Unglaublich. Ich frage mich, was das mit den Tatzen-Symbolen ist. Ob man da was machen kann? Vielen Dank.